Stag ist irgendwie entkommen. Die Miliz wird ihn nicht verschonen, wenn sie ihn findet. Ich muss mich erst um sie kümmern, bevor ich ihn suche. Die Stimme des Arkham Knight ist synthetisiert. Ich kann seinen Männern Befehle erteilen. Wir haben den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Hast du nicht dieses Ding erfunden, das ich am Panzer des Arkham Knight... Überprüf die Laufenkiste. Ja. Viel schade, dass wir ihn töten müssen. Schalt ein cleverer Tipp. Ich habe den Drogen gerade abgestürmt. Alles okay? Unser Drogenpilot antwortet nicht. Das sollten wir uns ansehen. Alles noch da. Was stehst du da so rum, gib uns Stanko! Kannst du mich hören? Ach scheiße, was ist mit ihm passiert? Sieht schmerzhaft aus. Muss Batman gewesen sein. Weißt du? Wer könnte es sonst sein? Stank? Der alte Bastard hat sowas nicht drauf. Er wurde wohl von oben angegriffen. Er hat mich ein Zug umgefahren. Zurück in den Kampf, wir sind noch nicht fertig. Verziehe eine Miene an Aussichtspunkt. Verziehe eine Miene an Aussichtspunkt. Wir sind in den Humanversuchsbehältern. Wir sind unter uns im Boot. Wir entkommen bloß hinterher. Na unten ist was. Ich brauche nicht. Das... Ich brauche nicht. Aber... Ich brauche nicht. Der Wetter hat ein Sprengsatz. Komm schon, Kumpel, wach auf! Drei, drei, eins, Brille, Fessler! Die Dranz war erwischt, als die Wand gesprengt wurde. Das war die Verletzung. Du bist okay, steh auf, wir brauchen jetzt jeden Mann. Was ist mit dir passiert? Warte, ich hol dich da runter! Oh, hier etwas dran! Ah! Kannst du mich hören? Das ist nicht gut. Nein. Nein, ist es nicht. Das war Batman, er muss ihn von da oben geschnappt haben. Das war Batman. Auf die Beine, wir haben hier Probleme. Du bist ein Gewohnheitstier, Batman. Mal sehen, ob wir das ändern können. Er greift euch vom Aussichtspunkt aus an. Vermiet das Ding sofort. Bringen wir ihn dann auf, die Erbendeckung. Ich kümmere mich um. Ah, was auch. Sir! Wer ist das? Hierher! Mann am Boden! Geht wieder... Ich sehe mir den Typen an, den Batman ausgeschaltet hat. Wo? Was ist das? Hier drüben, ich habe einen gefunden. Er ist verletzt! Wo befindet ihr euch? Beim Heckeingang! Ich kann nichts für dich tun, aber ich bitte den Freak. Behaltet diese Vorsprünge im Auge. Er könnte dort hängen und warten, dass ihr vorbeilauft. Ich habe noch Stacks Fingerabdrücke gespeichert. An dem Container kann ich die Spur aufnehmen und ihn so finden. Es ist zu spät, Batman!